Oder Annett? Ja, absolut. Und ich glaube, das ist ja jetzt hier das Thema Komfortzone verlassen. Ich glaube, wenn mich jemand fragen würde vor die Kamera, hätte ich immer gesagt nein. Also mein Herz klopft, aber das ist genau das Thema. Weil wenn ich das jetzt geschafft habe, danach werde ich mich irgendwie, yes, ich habe es geschafft. Ich habe ein ganz gutes Bild abgegeben. Ich habe meine Energie weitergegeben. Und ich werde mir das natürlich anschauen. Und beim nächsten Mal weiß ich einfach, was kann ich noch besser machen. Aber es wird nicht mehr so dieses, das geht einfach nicht sein. Sondern ich werde mich weitergeschoben haben. Wieder einen kleinen Weg. Also wieder einen kleinen Schubser nach vorne. Und das nächste Mal wird es leichter gehen. Und es schüttet auch unheimlich Adrenalin, Dopamin aus, wenn du das jetzt erreicht hast für dich. Immer dieses kleine okay, ich habe jetzt total Angst. Ich verlasse meine Sicherheit, mein Konstrukt, meine Routine. und gehe einen Weg, den noch keiner gegangen ist. Oder ich zumindest nicht. Und das ist ja schon mal, setz mal Spuren in den Schnee. Für dich alleine. Ganz neu. Das ist immer aufregend. Weil du hinterlässt dann deine Spur. Und das ist genauso und den jetzt wieder. Also, ja, es ist auf jeden Fall aufregend. Und es bringt mich weiter. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr.